19 leute ja also ja du wolltest map ich würde sagen keine ahnung ich weiß ich bin sogar fast für nuketown aber die ist so schwer machen wir nehmen wir jetzt okay weil die so schwer ist mache ich das jetzt auch leicht also das ist mir jetzt so scheißegal ob ihr jetzt haben flammt oder nicht sowieso leicht machen aber ich habe mit einem kumpel neulich auf normal gezockt der hat zombie mode zweimal in seinem leben gezockt und wir sind eigentlich ganz gut weit gekommen also um das jetzt hier auch noch mal klar zu sagen ich sollte lernen ich habe jetzt ungefähr eine dreiviertelstunde zeit dann kommt meine mutter ein oder eine stunde ich sollte lernen wie gesagt morgen schreibe ich mache ich habe gestern angefangen zu lernen das wird eh nix so ok also ich muss jetzt gleich auch noch mal kurz ins menü so dass du bescheid weißt jo ich muss rum ich habe ich merke gerade mir fliegen die ohren weg ach so ok ja das ist schlimm jetzt habe ich meine halsschmerzen erkältung weg jetzt kommt langsam der husten dazu das ist normal das ist bei mir auch immer so wo kommen werden ich werde wieder rausgeschmissen vielleicht abwenden Musik hat schon mal aufgehört auch er hat sich angeschlossen da hat sich gehört ok also Optionen die Kattmann anstellungen sound stehst du noch da ja ja ich bleib mal kurz neben dich ne bin ich ne bin die ich gut Deutsch bin da ok ich bin nicht der Kerl ne ich bin auch nicht der Kerl mit dem Anzug ich will den coolen Anzug haben also was du hast doch den Anzug der euer Kopf den Atomanzug habe ich den nein ach so den nicht aber du hast den Anzug an ja du hast auch einen Anzug an ja ich meine diesen Atomanzug aber und zum Ende der Nr das ist ein Grund doch da kommt schon ein Maler da hat er noch mal eine Probe bei Faschloch ich habe nicht mehr ich habe nicht so viel Punkte wie du Ja, und? Ist mir doch egal. Ich bin doch Punkte. Ah, du Fichser, ey. Boah, jetzt hast du es mir gegeben. Jetzt, jetzt hast du es mir gegeben. Also, wie ihr merkt, ich glaube, ich habe heute echt gute Laune. Ich glaube, wir haben beide heute gute Laune. Alter, ich habe mich heute schon so weggepisst und so. Alter, das war heute schon... Bei mir war es heute, der Tag war eigentlich scheiße, sowas schulere. Ja, der Tag war von Schule her scheiße. Sonst aber... Arschloch. Nein, den habe ich... Oh, den habe ich dem schon angehört. Mir doch egal. Das ist ja nicht, wobei, Gott, bin ich schlecht. Oh, das Vieh lebt ja noch. Das ist praktisch. Ja, und dann schießt du. Ja, lass mich. Nein! Schieß ich dir zwischen den Beinen durch. Aber... Oh, ich habe mehr fuckt als er. Ja, das ist mir jetzt auch scheißegal. Ich kann mir gleich die App-Betze kaufen und dann geht es ab, muss ich sagen. Der Olympia wäre eigentlich auch lustig, aber... Nee, das ist so scheiße nachladen. Ich glaube, in der Runde zwei- oder dreimal schießen und einmal messern. Oder zweimal schießen. Ja, zweimal schießen und einmal messern. Bei drei Schuss stirbt er, je nachdem ob er oder nicht. Oder einen Schuss in den Kopf. Ja, ich weiß, aber... Das geht dann auch. Das macht so... ...un wenig Punkte. Ah! Alter, wo kam der denn her? Oh, wo kam der denn her? Sorry, ähm... Der kam unerwartet. Ja, ich komme auch immer unerwartet. Ach so, zum Beispiel jetzt so, welcher Trank ist gekommen? Ja, klar. Nee, ist gerade hier irgendwo ein Trank runtergekommen. Immer so als Asterobees und so. Weiß ich, keine Ahnung, welche. Auf jeden Fall ist einer gekommen. Ja, ich weiß. Ah, 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 ist es einer gekommen? Kommt er weg. Ach, schade. In der nächsten Runde mache ich hier die Tür auf, weil dann können wir... Nächste Runde? Nächste Runde, okay. Wollen wir dann hier rein auch nochmal? Später. Okay. Weil hier gibt es halt die geile AK. Ja, eben. Hm. Und eigentlich will ich auch den Täter-Schlag kriegen. Gibt es den überhaupt hier? Hm, ist mir jetzt egal. Äh, aber das Bowie-Knife ist so klassisch. Hier runter. Weißt du, dann kriegt meine Granate nicht einen Punkt hier mit. Das hat doch was. Ja, ficken hier. Dann kacken wir nicht. Hm. Punkt er, Punkt er! Wenn ich hier kurz mal safe, weil dann mache ich den Ton etwas lauter. Ich habe den gerade... Ich weiß nicht, wo du bist. Keine Ahnung, ist mir jetzt egal. Ich bin gerade hinter dem Laster. Ich bin an der Kiste. Achso, du bist schon durch, sagst du? Ja, muss der jetzt sein. Es hat mich zwar so fucking viel Kohle gekostet, also 1500, aber egal. Achso, das ist ja... Ah, stimmt ja, die ist ja da hinten. Ja, also ich habe den letzten Zombie, also sag, wann ich ihn toten kann. Ja, ja, Moment, ich geh da jetzt. Wann ich den toten kann, ey? Was habe ich denn heute mit der deutschen Sprache? Ja, natürlich. Wann darf ich ihn bitte? Okay, also, ich wage es mit dem Executioner. Ah, man, 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 Wichser! Das ist nicht der letzte Zombie gewesen. Jetzt aber. Ja, habe ich auch genannt. Ach, du hast die... M14, ja, genau. Kap 40, ja, Kap 40. Ja, ich bin nochmal kurz hinten, ne? Ah, nochmal an der Kiste. Ja, eigentlich hatte ich das vor. Hm, 1000, okay, ähm, ja. Nee, ich glaube, das hat mich sogar tausend. Ja, ja. Das ist jetzt zu uns, zu uns sicher. Doch, da hinten kann man gut überleben. Oh, du musst hier die neue Map holen, die ist... Die soll so schwer sein, also wirklich... Das hast du mir schon gesagt, ja, aber das werde ich auch noch tun. Ich habe mir da jetzt... Komm, nee, noch nicht. Ich muss... Ich habe erst... Boah, scheiße, von dem Video habe ich erst eine Stunde geguckt. Ich muss noch die letzte Stunde gucken. Das klingt ja viel verspricht. Alter, was für die Scheiße ist denn dieser Executioner hier? Da kriegt man ja die Galle hoch, ey. Ohne Spaß. Okay. Ich weiß. Aber mit einem Headshot sind die tot. Ja. Oder mit einem Schuss in den Bauch, dann sind sie auch schnell tot. Na, hat man nach. Ja, habe ich gerade gemacht. Alter, Doppelschlag. Aber ich muss die Munition aufsammeln, tut mir leid. Oh, fuck. Ich kann mit der Waffe ganz gut mal verteidigen. Oh, wenn ich mich so schnell drehen könnte. Okay, weil eh nicht da ist. Was ist doch noch alles? Was ist doch noch alles? Wie viel Muni habe ich eigentlich noch verdient? Ich gehe jetzt auch gerade nochmal Richtung Kiste. Ich will doch nur noch... Einen Zombie, ja. Einen Zombie. Nur noch killen, ey. Ohne Spaß. Ich brauche doch nur noch Arta. Ich will doch nur einmal eine killen. Alter. Oh, ja. Okay, Z-5-7. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Also, ich gehe gerade nochmal hier dran. Hm. Nein. Obwohl es lustig ist, komm. Also, ein Crawler habe ich mal gemacht. Einfach mal so. Okay, es war ein Crawler. Kann sich der Crawler jetzt leider auch nichts von geholfen. Ich glaube, ich habe den nächsten. Ja. Alter, ohne Kopf läuft der noch weiter. Das ist so krank. Was hast denn du da für ein Weapon? Na, warte mal. My love. Ja, meine auch. Ich finde das Ding dann eigentlich lustig, Alter. Ich hasse diese Waffe. Komm, ich gebe den, hätte er. Alter, mit zwei Schuss, mit der M14-Headshot sind die tot. Haha, ich kill mich hier fast selber. Oh! Wow. Nicht schreiben! Nee, das wäre jetzt unpraktisch. Habe ich aber. Ich habe zwar noch mal ein paar Punkte fliegen hier. Eigentlich will ich jetzt langsam mal wissen, gerne, was für Waffen da ist. Also, ich muss jetzt gerade auch noch mal an die Kiste. Hm. Bleib mal bitte kurz hier. Warte mal so. Na, das ist Eddie. Also, ich habe jetzt nur noch die 5-Zellen. Okay, jetzt hoffen, dass wir hier nicht durchkommen. Durch das Haus. Ja. Okay, das war jetzt irgendwie leichter, als ich gedacht habe. Ich kaufe mir noch mal die M14, ganz im Ernst. Ich glaube, noch habe ich die. Nee, ich habe die eben abgegeben. Ja, noch habe ich sie. Ja, ich hätte sie auch wieder. Ich mag die Waffe. Ja, die ist auch cool. Boah, und ich liebe es, dass es hier, glaube ich, auch alle Tränke gibt und halt auch Dingens, ne? Äh, Weißchar, ähm... Packer Punch. Mir fällt ja jetzt gerade der riesen Atompilz hier oben raus. Jetzt erst. Ja, ich habe dir bisher noch nicht so angeguckt. Ja, okay, wir haben auch auf der Map noch nicht so oft gezockt, aber... Einmal. Ja, du. Ja, ich habe halt das öfter an. Also, ähm... Das hat auch irgendwas mit der Uhr, aber das habe ich vergessen. Da gibt es auch irgendwas mit der Uhr, da kann man irgendwie ablesen, wann ein Drang kommt und wann Richthofen und so irgendwas sagt und keine Ahnung. Ja, und man sieht immer die Zombie-Anzeige. Nicht an der Uhr. Ja, an dem Rätschid daneben. Ja. Ich meine die Uhr, diese runde, ganz normale... Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, okay, ähm... Manno. Ach ja, stimmt, die Kiste ist ja weg. Warte mal, aber lass mal einen Zombie, beziehungsweise zwei am Leben. Hier hinter mir ist einer. Ich öffne mal die Türen nach hinten, weil ich will jetzt mal nochmal an die Kiste und so. Ich eigentlich auch. Ne, die Kiste ist ja hier. Ach, siehst. Ach, da ist die drin. Oh, nice. Ernsthaft? Oh mein Gott. Scheiß drauf. Ähm, warte, ich gehe auch noch mal kurz ran, hier. Komm schon. Okay, kann ich jetzt auch noch mitleben. Ach, du bist hier schon. Ich habe jetzt hier einfach mal aufgemacht, aber ich hole mir jetzt nochmal eine Waffe. Weil ich will jetzt nicht unbedingt mit der F1 fail. Das war okay. Ich habe jetzt gerade das RPD, also... Hä, ist ja besser, die Waffe. Lass mich gerade auch nochmal ran. Ja, okay, mach du. Äh, ich habe diese andere Einschusswaffe, nur die jetzt aus dem neuen Black Ops 2. Hä. Geil. 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 Fünsche ich bald. So, jetzt gehe ich nochmal... Mein letztes Geld gebe ich aus. Na, das passt doch. Na, da hinten sind sie doch, die Zombies. Da kann ich jetzt auch gerade nochmal dran. M27? Seit wann? Nice. Geil. Und auf der neuen Zombie-Map, da kannst du dir, äh, die letzte, ähm, das letzte Sturmgewehr kaufen, was... Und ich will Pythorn und Ballistik-Knife nehmen. Ich weiß nicht. Nee, lass ich lieber bleiben, ich bin da zu... Dazu musst du dir das Bowie-Knife holen. Können wir töten? Ja. Ja, cool. Allerhöchstens 5 Schuss in den Oberkörper und die sind tot mit der M27. Ja? Ja. Also, ich habe hier, wie gesagt, 5-7-2-Händig und Pythorn. Mhm. Aber ich glaube, irgendwann mache ich den Raum zur, äh, MP5 auf. Weil MP5 geht immer... Ist zwar, meiner hohen Runde, ist die Muni viel zu schnell weg, aber... Ja, eben. Naja. Eben, Tom. Ja, hier, auf jeden Fall, ähm... Also, gut, wenn die Folge hier hochkommt, ist es natürlich ein anderer Tag, aber, ähm... Nur, dass du Bescheid weißt, ich habe jetzt gerade eben eine Folge City-Life hochgeladen, dieses... Mal was anderes Spiel da. Weißt du? Äh, du bist da. Und... Ja, mal gucken, wie das ankommt. Ob das überhaupt ankommt, ja. Wow, 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 wow. Ah, 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 wo war's, was war's? Das ist ein Scherz. Es sind zu viele Zombies bei mir, also komm nicht zu mir. Achso. Hm, wirklich nett. Mach das nicht. Jetzt ungemein weiter. Alter, alter, äh, ich krieg schon auf den Sack, ich krieg auf den Sack, ich krieg auf den Sack. Aber ich würde jetzt so gerne deine Sicht jetzt filmen, aber okay. Ähm. Und ich muss nachher mit der Pythorn, praktisch, praktisch, praktisch. Jetzt hab ich auch keinen Pistolenschuss mehr, um dir zu helfen, also. Ja. Ich geb mir irgendwie... Ja, hinter dir sind viele und keine Ahnung und... Ach, Schlussverkauf. Ich weiß. Nein! Nein, fuck, jetzt war ich grad hier. Ah, egal, egal, egal. Also das ist jetzt die letzte Runde wahrscheinlich, so. Ähm. Also nicht, weil du jetzt abkratzt, ich meine die nächste, weil ich keine Waffe hab. Ja, dann musst du mal in die Kiste, würd ich sagen. Ja, ohne Geld. Ja, kriegt man nicht immer 1000. Echt? Kriegt man? Also bei Black Ops 1 war das ja immer so. Da sind wir doch auch mal in dieser 1000er-Schleife gewesen, quasi. Weißt du? Ach so, jojojo. Ja, das wär natürlich was Praktisches. Ja, dann musst du nur noch Glück haben bei der Kiste. Ja, 1500 hab ich. Ja, siehst du. Ja, dann geh du jetzt grad erstmal in die Kiste, würd ich sagen. Ich geh einmal in die Kiste und hol mir die M14, oder? Ja, dann mach jetzt aber hin. Ja, ich geh mal in die Kiste, würd ich sagen. extra nicht hin. Alter, hast du das? Äh, hast du, du hast doch noch den Cell mitgenommen, oder? Hast du noch den Cell mitgenommen? Nein, der war schon lange weg. Also nicht lange, aber er war weg. Du warst doch einmal in der Kiste, hast du einmal 950 bezahlt für die Kiste und einmal die M14 gekauft. Ja. Ja, dann, und wieso hast du da noch 1000 übrig? Ja, die 1000 hatte ich übrig, weil ich mir doch erst am Anfang die M14 geholt hab. Ja. Fuck, ich hab keine M14. Ne, okay. Also, sorry, ne, aber... Haben sie nicht verweckelt? Ich verweckelt. Ne, ne, wenn ich dich jetzt krieg, nicht. Nein! 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 Ist doch scheiße. Ja. Ja, okay, jetzt kann ich mir gerade nochmal Nasenbrunnen und Eier schaukeln und was trinken. Bin ich eigentlich nicht schlecht. Ich hab keine Granaten mehr. Ah! Jetzt schon. Alter, Vater! Ja, das sieht doch nach Spaß aus. Verdammt, verdammt. Was macht ihr echt kaum noch Damage? Ist jetzt hochkonzentriert hier. Ja, muss ich sein. Ich würde immer mal hinter mich gucken. Ja, ich weiß, aber ich denke, das sind jetzt alle, die rausgeploppt sind. Ich glaube, jetzt spawnen keine mehr. Ich glaube, jetzt spawnen nicht mehr so viele. Du bist auch schon geploppt. Das ist fucking aus. Also irgendwie, wir waren schon mal ein bisschen besser. Alter, wenn ich die Runde jetzt kriege, kann ich noch Sail holen, dann kannst du sofort an die Kiste. Ich weiß. Ich kann das jetzt hinfüß. Aber das müsstest du ja eigentlich, das müsste ja hier zu schaffen sein. Oh, scheiße. Na komm ey, mach hier nicht. Ach, mach es, mach es, mach es, mach es. Ja. Okay, bin gerade hier schon mal schön an der Kiste. Ich auch. Okay, hast du dir. Und gerade noch mal. Okay. Okay. Okay.